hallo das kommt in der fischend veröffentlichter und seins und zu einem zweiten Teil vom Armliga Simulator in Roblox ich hab schon mal ein bisschen vorgespielt weil ihr seht schon ein bisschen hier ein bisschen Stagern dies das Ananas es kam glaube ich ein neues Update habe ich gesehen ich würde gerne mal mit euch zocken per natürlich hießt 50 Kilo Hanteln das ist so natürlich klar wie Klux Bro obwohl Lust bedeutet ja nicht klar ja auf jeden Fall es gibt tägliche Belohnungen dann lösen wir natürlich ein paar Seasons gibt's ach du scheiße dann gibt's neue Quests äh ja ja das schauen wir nicht mehr dann limitierte Glückbooster okay zwei Geschenke können wir beanspruchen einmal Cash und halt stärker was mir eigentlich gefühlt gar nichts bringt okay ich hab gesehen es gibt neue Arme und sowas warum auch immer wie IP gibt's mittlerweile und wir haben drei Spins frei glaube ich zumindest einmal drehen wir auf jeden Fall aber wir kriegen Geld hat man direkt gesehen äh easy klaro was haben wir jetzt bekommen weiß ich nicht was wir jetzt bekommen haben das Haustier steht noch nicht jetzt hat sich nichts verändert sollte eigentlich das Haustier na doch wir bekommen ein Haustier Flame Beast das ist sogar besser also es kommt sogar hier rein schon also 6,2 ist unser bestes bisher dann ähm wir haben schon einmal Geburt durch also gemacht Events gibt's Besieger äh Dog Rapper Dog oder Besieger ein Strandboss ähm Rapper Dog bist du hier nee das ist Mafia Boss nee das ist Champion man du bist auch ein bisschen grisig hier okay es geht auf jeden Fall ähm gibt's in einem Shop irgendwas Neues eigentlich na Tränke ah nee haben eh noch kein Stimmt ja was kann man damit machen ach Kisten ah wahrscheinlich von Kisten oder so ziehen 5 Rostkisten und Rostschlüssel ja ich bin rostig ich weiß ähm ich will keinen Schlösser kaufen ich will verwenden 3 mal können wir ziehen let's go 20%iger stabil dann nochmal let's go dann nochmal 20 äh shit ja scheiße ich will irgendwas 8%igen haha goll keine Schüsse mehr shit ich will erst mal Kisten noch beanspruchen ganz schnell Arme ja 8%ige ist natürlich der Beste ne mehr 8% mehr Stärke das ist ungefähr 100 gefühlt glaube ich ne kann es sein Autozug Bizeps Trizeps so ähm okay wir brauchen 15.000 von diesen Siegen besiege Champion hab ich die schon mal besiegt ich weiß es leider nicht Leute das ist schon so lange her 125 Icon fast leisten nochmal leere Fitness Rade mach einfach mal fairboss aus just for fun joke na klar easy easy cheesy lemon squeezy bum erstmal öffnen tiger episch ist sehr gut äl äl ähm okay ähm äh der ist älter ist irgendwie schlecht hätte ich nicht erwartet okay was braucht der hm äh Autokampf Champion ist doch voll ein fach ja voll einfach auch okay dann nehmen wir doch lieber erst das Geschenk an für den Haustier was wir gerade eben gezogen haben aber egal Papagei ungewöhnlich so macht ihr was dem bewegen besiegen wir aber ohne Probleme easy cheesy dann squeezy Spuren gibt's ja nochmal da kann ich ja nicht anklicken weil wir hier gar was machen wie wohl gemerkt aber ist ja auch egal warum hältst du deine Hand hier nicht hin ich hab nur einen komischen Armer aber egal vielleicht auch 700 sparen für ein neues Pet das wäre doch mal was geiles aber in der Zeit Leute könnt ihr schon mal ein Like und ein Abo da lassen ich würde mich sehr freuen und auch die sich unterstützen auf den Weg zu den 300 Abonnenten die wir schon fast geknackt haben wir brauchen nur noch ca 32 Abonnenten nur noch das ist krass eigentlich in uns hat es also in zwei Monaten schon YouTube stabil da macht man es ja Biest mehr oh wir haben ja schon ähm 1000 oh weiß ich meine ja alles nicht ne so let's go jetzt sieht man natürlich ein Ei von unter der Treppe Legendary 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 mal 15 ach du scheiße Schande also schaut mal jetzt wieviel ich hier ähm Autozug ähm Bizeps Trizeps also 900 mache ich 910 stopp Piel geil 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 ach man ich musste nur noch den Champion besiegen und ich brauch 5.000 vor allem den Trophäen also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran um äh zu sehen ob ich es dort rein schaffe ähm ähm in die neue Dimension Flucht aus der Schule ja könnte ich auch gebrauchen na wohl bei ähm eigentlich hatte jetzt mittlerweile die Schule angefangen also äh ne ich bei mir zum Beispiel war heute wieder erster Schultag fand ich eigentlich relativ nice ich hab mich so auch mal das erste mal auf Schule gefreut ei 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 das ist ja das müsste eigentlich ja verboten werden ne Kollege schnell schon wieviel stärker hast du du hast über 700 ich mach gegen dich doch kein Kampf dort pfff wir haben nicht viel zu schlecht wir machen lieber einen Spin ja das glaube ich sagen ne bitte bitte was gutes bitte was gutes naja nur stärke ach wir haben ja schon 140.000 so der braucht ungefähr eine Million sagen wir mal geht eigentlich gucken wir schnell wir hier stärke dazu machen das haben wir weniger so zwei Minuten haben wir das zusammen ne also das ist groß ne ok noch ein Geschenk 100 weiß man ja alles nicht so Knöchel können wir auch turnieren ooooh das geht relativ schnell eigentlich ähm ähm selbst mitlegen kann man da ja nicht aber schau ich drauf ne ähm ähm äh 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 ähm 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 ja komm wir dürfen einfach mal durchgehig guck mal wie viel wir jetzt machen das ist krass das hier schon wieder zu viel machen wird ne noch ein bisschen Dings der Booster-Seile ne äh äh ach du scheiße was ist mit dem falsch Junge wie bre wie heißt du okay äh kann man damit dem handeln ähm ähm wie heißt der warte ich ich will nur mit dem Trainer das ist gut also ähm ja send wir mal einfach eine Anfrage mal bitte ne ja das ist oh schon 20.000 Gold ich will ich will das auch noch den Zug anmachen auf Bizeps Trizeps oh alter öh 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 kann man nicht durch die Fenster rausschauen und sehen weil er wohl doch nicht lapportiert ich lasse spiel es lieber mhm egal ähm ich weiß gar nicht mal was ich laber aber egal ja ich hoffe 50 Stärke ich hab mir das nicht rein das sag ich schon mal so auch wenn ich jetzt die drei Tage lang und zocke oder was auch immer das werden wir easy nicht schaffen so 50.000 Stärke schon wieder es geht relativ schnell eigentlich ne wohlbemerkt ja kurz mal mafiaboss ganz kurz auf so schnelle Welle mal kurz machen das ist ja das ist ja vorbeer verarbeitet doch auch oh ne jetzt muss ich selber klicken so let's go geil können wir eigentlich glatt nochmal rebirthen ja machen wir einfach mal Lärm der geil kann man eigentlich zwei aussuchen schau doch Kisten ich hab ihre Schlüssel bekommen Leute ok verwenden let's go bitte 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 man warum wie kann man die Kisten und die Schlüssel bekommen kann mir das jemand mal vielleicht zu sagen ok geil erstmal trainieren würde ich jetzt erstmal so sagen das müsste eigentlich verboten werden wie wir das jetzt machen ja 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 oh habe ich keine sterne wenn ich durchgelegt habe gerade ist ja das sehr unmöglich hier schon ne ich habe mir die starke eigentlich nur hier durch machen gefühlt auch und haust hier bei tag 2 mal 16 mal 16 und vier tagen heute ist krimi alle zusammen hin oder tag 9 easy 1000 1000 und auch easy new rb 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 sagen wir machen als dass die mafia boss verdienen und so ein bisschen schnell geld und dann kaufen uns neue pads in der hoffnung dass wir mehr mal boost bekommen so dass wir schnell trainieren können mehr trainieren können dass wir mehr bekommen stärker dass wir uns schon den champion wiederum besinken einmal zweimal ziehen bitte den jahr ist die beton den 27 prozentigen und noch mal den 27 prozentigen oha alter richtig gut eigentlich bemerkt dann aber wenn wir öffnen leute let's go da klickt das mal die anderen sind besser die mit höheren prozentiger sind besser ich habe die ganze den falschen genommen gott ja guck mal wie viel geld wir jetzt machen geld hat für geld ich bin im ding drin ja es ist ganz normal heute ist ganz normal wir haben gleich können echt den champion da hinten besiegen aber vorher machen erst mal noch ein spin ganz ganz über dem spiel ich natürlich bin es natürlich ja okay so wir haben gleich stärke 800.000 dann brauchen wir das eine million wäre mir lieber dann können wir den auch safe call schlagen leute 1000 milliarden prozentig sage ich so zu gerne hat er nehmen können eigentlich auch mal was passiert wenn wir jetzt zwei stunden 30 spielen würden das einsammeln würden fängt es dann wieder vom neuen an oder kommt eine neue liste könnt ihr mir das vielleicht mal in kommentar schrauben liga wie sie einen champion um liegen frei zu schalten die kisten keine neuen kisten wir haben eine millionen stärke und wir machen autokampf auf champion der hat 400 naja abzeichnung wenn vor stopp die spieler finden kommen wir sehen wie sie irgendwie man es ging spielern kampf ja komm das ja auch gar nicht op das spieler ne komm ich glaube ein einfacher leute so wie ich eigentlich denke ich so zumindest ne sind vielleicht noch mal ein paar haustiere würde ich mal sagen also müssten wir haben ja noch ein lack muss er geht leider nicht mehr aber episch das ist ja schlecht ist so natürlich warum sich das schlechteste na toll 16 prozent 16 prozent wenigstens ich habe den drei prozentigen bezogen den drei prozentigen leute ihr kennt mich natürlich mal 12 ist trotzdem schlechter als unser bestes 15 mal 12 mal 11,25 mal gucken wie schnell wir ja betrieben soll ich jetzt mal ein bp dings abung das verkaufen aber ja leute ich würde sagen das war's für heute das wäre noch wie immer ein like und nam oder um keine weiteren folgen mehr zu fassen ich habe gesehen 97 prozent von euch haben wenn nicht meine kanal abonniert das finde ich sehr sehr schade aber ihr solltet das schleunigst nachholen also ich danke dir den like und abo bauten mich sehr drüber freuen und auf ihn zu schützen auf dem weg zu den 300 abonnenten und damit haut rein leute euer okniz 1 bis in dem nächsten mal tschaui tschaui